Sieben Bäumen heute. Was haben wir denn für Datum? Erstmal nachgucken. Hier ist erstmal der Schweinestall. Ja, alles in Ordnung hier. Was haben wir denn für Datum? Wieso geht das Handy nicht? Ja, Moment mal. Sieben Bäumen. 28. März 2013. Ja, schau her. Wir sind wieder da. Noch mal wieder. Immer wieder. Noch mal was verbessern vielleicht. Am Mikrofon. Dann soll es auch so bleiben. Mal schauen. Neuigkeiten in Sieben Bäumen. Das gibt es überall. Links, rechts. Und geradeaus. Links drauf. Hier wollen wir holen. Wir wollen wieder. Das wär's auch. Das wär's auch. Und tschüss. Blocks. Das wär's. Läu거 aus. Das wäre die Nummer.